Sura 97 Al-Qadr Die Bestimmung Offenbart zu Mekka 5 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen Wahrlich, wir haben ihn, den Koran, herabgesandt in der Nacht von Al-Qadr. Und was lehrt dich wissen, was die Nacht von Al-Qadr ist? Die Nacht von Al-Qadr ist besser als tausend Monate. In ihr steigen die Engel und Gabriel herab, mit der Erlaubnis ihres Herrn zu jeglichem Geheiß. Frieden ist sie bis zum Anbruch des Frühlichts.